Als gebürtiger Neuköllner war es für mich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts selbstverständlich uns nach dem Umzug meiner kinderreichen Familie in die Leipziger Straße zur St. Petri-Louisen-Stadtgemeinde umzumelden. Dadurch durften wir uns nun als Altkölner fühlen. Als solche haben wir an der Wiederentdeckung und Belebung der Berliner Stadtgeschichte rund um den Petriplatz aktiv teilgenommen, was insbesondere in der Organisation und Durchführung der jährlichen Petriplatzfeste gemeinsam mit den Archäologen seinen Ausdruck fand. So ist die Inbesitznahme dieses Urortes der Verkündigung von Gottes Wort in der sich wandelnden Stadtlandschaft für uns ein ständig aktuelles Anliegen gewesen. Möge uns Gottes Wort in der vielfältigen Ausprägung der beteiligten Religionen ein segensreiches Miteinander bescheren.